«Museum» Wir haben keine Kultur, deshalb sind wir labil. Dafür ist das Museum ziemlich stabil. Drei, dort ist frei, da ist das Wetter geschützt. Eine gute Sache, wenn es draussen spritzt. Bevor wir eintreten, will ich allerdings unbedingt erwähnen, dass es dir nicht klingt, die nötige Stimmung mitzubringen. Zum Beispiel sollte man dort drinnen nicht singen. Und Geschichten, die musst du ja lernen kennen. Darum darfst du dich nicht rumrennen. Und die Finger, die musst du gut in die Hand haben. Nicht anrühren, gut und führen. Hast keinen Wunsch beim Personal, es sei doch, du könntest dich total. Wie ihre Zeit versetzen, darfst du dich nicht hetzen. Und was vorbei ist, das möchtest du behalten. Und das, was kommt, nicht auf die Art gestalten. Und wirst du bei, das Gefühl nicht los. Der Raum, der sei gespalten. Platz setzt dort für tausende Bilder, kommentiert von gleich vielen Schildern. Wie alt, woher, was überhaupt, das ist, was hier verstorbt. Du hast gelobt, hast gelobt, du gehörst du zu. Die leere Wand ohne Rand, nur begrenzt belichtet. Die schönen Bäume, bewegt die Träume. Atomar beleuchtet. Und wir haben genug genug. Im Museum finden wir die letzte Ruhe. Der Raum, der sei gespalten. Du hast gelobt,